ps schwanz ok was geht leute willkommen zu einem neuen video vor einem anderen spiel und zwar holger ist mit wem warte mit wem willst jetzt nicht sagen dass es wirklich diese person ist das auf jeden fall eine bewertung da ist alles verlinkt und aktiviert die glocke jetzt mal langsam achmet ja leute block aktiviert nicht vergessen ich höre manchmal sehr also ich höre sehr oft dass die glocken nicht aktiviert werden ich meine damit nicht bin ich glocken ich meine damit wirklich die glocke neben dem abo button aktiviert die bitte sonst bekommt keine wir euch nicht gefallen sonst bekommt keine benachrichtigung wenn mein video hochgeladen ist ja ist nicht gut ich wollte gerade sagen also geil spielt keiner mehr ich bin auch kein fan von diesem spiel was ist das für eine map das neue map überwinde ich würde es nicht mal mehr hier schaffen ich kenne das glaubt nicht mal ja schon ich kenne keine einfach zirkus ok ich fliege hier raus ich war noch nie in so vielen löchern drin ach so ich bin nicht gibt es mir immer so ein material was zu sagen weil mich an wasser bälle oder was das moro warum springen die alle runter ach so war long ach so war das wasserballons oder ballons oder balance ich habe mich gerade festgehalten ich habe mich gerade festgehalten hey let's go oh mein gott ich bin runter gefahren ich dachte ich komme von dort aus dahin ich habe gar nicht aber wo bist du wo war auch mit karte war früher im euro hey ich hätte es geschafft er was hält er mich fest ich war vorhin in der röhre drin lang immer kurz vor kaum kombini was das geschafft er hat mir da nie raus da nie und achmet ausgeschieden nummer 2300 um 2004 es geht mir jetzt werden wir erschossen dann was ist das was ist mit game dessen super japaner das sind halt echt japaner und sind ein koreaner ja koreaner kann sein weiß nicht die sehen alle gleich aus chinesen japaner koreaner sind gleich nein die sehen gleich aus ist so nicht schlimm das geht nicht warum wir leben in 2002 ja stimmt jetzt kommt es bist du zurückgeblieben oder was naja die leute können das ja so interpretieren dieses wollen guck der ist nicht zurückgeblieben der redet sogar mit interpretieren der ist mehr deutsch als deutsch wenn ich bock habe kann ich so reden aber ich hab halt keinen bock nur wenn ich bock habe ich bin ich fliegt raus oha denkst du ja herausforderungen angenommen 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 ich flieg raus ich flieg safe raus ich bin raus morgens aha jetzt fängt er meine taktiken an jungs ich bin raus jungs ich bin raus safe ich bin safe raus safer als safe bin ich raus ich bin noch nicht mal bei einem checkpoint ich auch nicht ich bin immer noch am anfang und es kommen 28 leute weiter ich bin raus ich bin raus auf jeden fall ich bin auch raus was sind das für Wände alter egal ich bin raus guck mal wie weit vorne der ist guck mal wo ich bin keine chance ja guck mal ich hab verloren ich mein jetzt wenn ich sag ich bin raus ich bin wirklich raus ich auch nein ohne spaß bini du bist voll weit vorne sei leise jaaa ich hab treiblich trainiert jungs jaaa während ihr gearbeitet hab war ich an ganglisch zocken und schule schwänzen ja ja wohl alle so muss sein bieten feier ich ach so der hat sich verraten der hat sich verraten der hat sich verraten hatte den ersten platz nicht gegönnt burensohn nein da weiß nicht was ich mit seiner mami jetzt machen werde der weiß nicht der will auch nicht wissen ja sagt ihr kauf für ein eine rose lollipop nein ich werde dir was schenken der wird eifersüchtig der will auch schenken aber der hat kein geld deswegen zeugt er auch noch die ganze zeit diese spiele und hört nicht auf und ist süchtig und ist aufdauer die ganze 24 mit drin guck mal wie der da chillt ey ich hasse diese spieler wieder einen blick auf denen zu werfen alter das war ja nicht gemeint also bitte nur weil ich besser bin was soll das hier jetzt kommen die distracks über dein skill lach ich also lach nett ich sag dir ehrlich keine ahne wenn ihr wollt 80 milliarden likes hat oh ja voll geil ich verliere nicht ohne scheiß oh mein gott oh mein gott ich habe verloren jungs ich bin raus ich bin raus ich bin raus ich habe verloren ich habe verloren jungs ich bin raus ich habe verloren jungs ich bin raus jungs ich habe verloren ich habe verloren oh mein gott ich reite auf den oh shit wieso schreist dabei ich will das ist der stück das ist super gut also das war's mit dem video wenn ihr noch eine folge von vorgeist wollt wie immer bewertet das video abonniert aktiviert die glocke auf jeden fall da ist alles verlinter